Nummer 9, Leon Enzmann, die 10, Serafittin Saizoi, die 11, Alexander Tam, die 13, Niklas Andersen. Willkommen liebe Zuschauer, die Hauptaktion des heutigen Nachmittags hier in den Bergabendstadt. Die Mannschaft ist in den Rücken und der SG Batsitschein. Wir wollen wieder Schiedsregel-Spann für heute vorstellen, Hauptschiedsregel-Falzer-Sportskammerat Mietja Stegemann aus Bonn. Die Mannschaft ist in den Rücken und der SG Batsitschein. Ja, Mann! Wir lieben Schwarzlob! Ja! Die Mannschaft ist in den Rücken und der SG Batsitschein. Oh ja! Juhu! 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 Nouvelle Serie AOL Nouvelle Serie AOL Ich wünsche Ihnen diesen Zeiten nach AOL Applaus Und in der 29. Schule wird gesagt, dass es scheitert an zu spielen. Hau den auf! Die Wetterei öffnet! Die Wetterei öffnet! Der ganze Wappen öffnet! Der ganze Wappen öffnet! Der ganze Wappen öffnet doch nichts! Das stimmt aber auch nicht! Die Haltshandsruhe in der Partie ist jetzt gegen Wattenschein abgesehen. Ab dem Spielstand noch 0 zu 2. Unsere Gäste haben die Halbzeit genutzt, um den Torwart auszutauschen. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Ich spelle bei Mitte Nummer 1, Lukas Frontsieg, dafür das Tor auf dem Feld. Mitte Nummer 12, Benjamin Argentin. Schöpfe, 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 Schöpfe! Schöpfe, 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 Schöpfe! Schöpfe, 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 Schöpfe! Geil! 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 Es bedankt sich bei 679 Zuschauern. Recht herzlichen Dank. Ja. Der ist doch zu spät. Ende 86 ist nicht wie eine Minute verkürzt von der SCW, aber auch 2 zu 5. Der ist doch zu spät. 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 Der ist doch zu spät.